Drei Monate lang lernen und das auch noch kostenlos. Wo gibt's das bitteschön? Das Sprachenlernen ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Aber wie bereitet man sich am besten auf einen Marathon vor? Man hat einen Plan, man trainiert regelmäßig und man sollte rechtzeitig damit beginnen. Beim Sprachenlernen ist es genauso. Du brauchst einen guten Lernplan, du musst regelmäßig üben und du solltest rechtzeitig damit beginnen und nicht bis zum letzten Moment warten. Heute möchte ich dir von einem Projekt erzählen, das dich motivieren wird, in drei Monaten fließender Deutsch zu sprechen oder eine andere Sprache. Und wenn du wirklich diszipliniert bist, dann kann es auch noch komplett kostenlos für dich sein. Es geht um den Sprachmarathon von Lingoda. Lingoda ist eine Online-Sprachschule, die es dir ermöglicht, Deutsch, Englisch, Business-Englisch, Spanisch und Französisch online zu lernen. Und diese Schule organisiert jetzt zum letzten Mal einen Sprachmarathon. An diesem Sprachmarathon kannst du auch teilnehmen, denn er findet online statt und jeder kann von überall aus mitmachen. Der Sprachmarathon dauert drei Monate und beginnt am 23. September und geht bis zum 21. Dezember 2019. Und Achtung, das ist deine letzte Chance, an diesem Marathon teilzunehmen, denn sie werden das nicht mehr organisieren. Es gibt zwei Varianten des Marathons. Den Vollmarathon, bei dem lernst du drei Monate lang 30 Tage pro Monat, also jeden Tag. Und den Halbmarathon, der dauert auch drei Monate lang, aber bei dem kannst du nur 15 Tage pro Monat lernen. Also für Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben. Es hängt also davon ab, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und wie motiviert du bist. Bei diesem Sprachmarathon kannst du selbst entscheiden, welche Sprache du lernen möchtest. Das kann Deutsch sein, aber auch Englisch, Business-Englisch, Spanisch oder Französisch. Und die Regeln sind die gleichen bei all diesen Sprachen. Wenn du den Vollmarathon wählst, musst du jeden Tag eine Stunde lernen, also an einem Gruppenunterricht teilnehmen. Es gibt mehrere pro Tag, das heißt, du kannst die Zeit passend wählen, sodass es dir passt. Du lernst in einer ganz kleinen Gruppe online. Du musst also an dem Online-Unterricht jeden Tag teilnehmen. Wenn du an dem Halbmarathon teilnimmst, dann musst du das nur 15 Mal im Monat machen. Also nicht jeden Tag, sondern nur an 15 Tagen im Monat. Für drei Monate dann. Du kannst die Uhrzeit selbst wählen und du lernst mit sehr motivierenden Lehrern. Es gibt Kurse jeden Tag und du lernst strukturiert in einer sehr freundlichen Atmosphäre. Wenn du den Vollmarathon machst, dann musst du 30 Tage lang jeden Tag lernen. Also du musst jeden Tag zum Unterricht kommen, das dauert eine Stunde pro Tag. Das ist aber auch der schnellste Weg zum fließenden Sprechen. Denn du übst wirklich regelmäßig. Und jetzt kommt das Beste. Wenn du es tatsächlich schaffst, die drei Monate komplett zu absolvieren und jeden Tag zu lernen, zum Unterricht zu kommen, dann bekommst du die komplette Kursgebühr zurückerstattet. Das heißt, dieser Marathon wird im Endeffekt für dich kostenlos sein. Drei Monate lang lernen und das auch noch kostenlos. Wo gibt es das bitteschön? Wenn du aber denkst, dass du die Zeit nicht hast oder dass du es nicht schaffen wirst, so diszipliniert zu sein, drei Monate lang, dann kannst du auch den Halbmarathon machen. Bei dem Halbmarathon musst du nur 15 Tage im Monat absolvieren. Und wenn du das auch schaffst, dann bekommst du am Ende 50 Prozent der Kursgebühr zurückerstattet. Das ist auch ein toller Deal. Du kannst also selbst entscheiden, ob du Deutsch, Englisch, Businessenglisch, Spanisch oder Französisch lernen möchtest. Also du wählst eine Sprache. Und es ist egal, welches Niveau du hast, denn Lingoda bietet Kurse auf allen Niveaustufen an. Also von Beginnern bis zu Fortgeschrittenen. Melde dich jetzt an, denn es gibt eine limitierte Anzahl an Plätzen. Die Anmeldung geht bis spätestens den 9. September. Und bei der Anmeldung bezahlst du eine Anmeldegebühr von 49 Euro. Der Rest der Kursgebühr wird dann monatlich von deinem Konto automatisch abgebucht. Du kannst ja also in Ruhe erstmal alle Regeln durchlesen. Ich habe es auch gemacht und ich habe keine Tricks gesehen. Also es ist wirklich so, wenn du die 30 Tage absolvierst, drei Monate lang, wenn du dich im Voraus für den Unterricht anmeldest und pünktlich zum Unterricht kommst, deinen Unterricht online absolvierst für diese drei Monate, dann kannst du die komplette Kursgebühr zurückbekommen. Und falls du dich für den Halbmarathon anmeldest, dann 50% der Kursgebühr. Es ist eine tolle Challenge. Ich weiß, man muss schon organisiert sein, um es so eine lange Zeit zu schaffen. Aber wenn du motiviert bist und wenn du es wirklich vorhast, fließender in einer Sprache zu sprechen, sei es Deutsch oder eine andere Sprache, dann ist es eine wirklich tolle Challenge, eine tolle Möglichkeit, das auszuprobieren und dich selbst herauszufordern, ob du es schaffen kannst, jeden Tag eine Stunde lang zu lernen. Elin Goda hat diesen Sprachmarathon schon mehrmals organisiert in den letzten drei Jahren und es haben bis jetzt mehr als 15.000 Lerner daran teilgenommen. Und die Rückmeldungen sind wirklich hervorragend. Die Leute sind begeistert. Sie berichten, dass ihnen dieser Marathon sehr viel gebracht hat, dass sie jetzt viel fließender und freier in der Sprache sprechen, die sie gelernt haben. Für viele hat diese Erfahrung ihr Leben verändert. Sie berichten, dass ihnen dieser Marathon viel geholfen hat, zum Beispiel um einen neuen Job zu finden, neue Freunde kennenzulernen und sogar in einem anderen Land zu studieren oder zu arbeiten. Du kannst dir gerne die Meinungen der Teilnehmer auf der Webseite von Lingoda durchlesen oder auch auf ihrem Instagram-Profil at lingoda-official Ich halte dieses Projekt für eine tolle Gelegenheit für alle, die sich gerne nochmal herausfordern wollen. Du weißt, ich liebe Challenges und das ist jetzt wirklich mal was anderes. Also registriere dich und es ist deine letzte Chance, denn die Schule wird den Sprachmarathon nicht mehr organisieren. und Lingoda war so nett, dass sie dieses Video sponsern. Sie werden auch noch zusätzlich an alle German Skills Fans einen Gutschein vergeben. Das heißt, wenn du dich jetzt anmeldest für den Sprachmarathon, bezahlst du nicht 49, sondern nur 39 Euro für die Registrierungsgebühr. Dafür kannst du diesen Code benutzen und das kannst du auf folgender Webseite machen klick auf den Link in der Videobeschreibung oder gehe auf diese Adresse und melde dich an, um den Gutscheincode einlösen zu können. Auf die Plätze, fertig, los! Ich finde es eine super Möglichkeit, online von überall aus daran teilzunehmen und einfach keine Ausreden mehr zu haben, sondern wirklich regelmäßig zum Unterricht zu kommen und zu sprechen, zu kommunizieren und ja, deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Und wenn dir so ein Sprachmarathon viel zu intensiv ist und du weißt, du brauchst etwas Langsameres, dann kannst du dich trotzdem auf der Lingoda-Plattform umschauen. Die Online-Schule bietet auch Privatunterricht an und alle Kurse, die du letztendlich nach deinem eigenen Tempo absolvieren kannst. Also schau einfach auf ihrer Webseite vorbei.